In diesem Arbeitsblatt haben wir Auswertungen zum Skill-Grade-Mix. Vertikal angeschaut ist das Arbeitsblatt drittelt. Auf der linken Seite sieht man die Auswertungen nach geleisteten Stunden. Das heisst, welcher Kontotyp hat wie viele Stunden pro ABC und Hauswirtschaft erbracht. Die Auswertung in der Mitte zeigt den Stundensatz pro Kontotyp dieser Leistung. Dieser Stundensatz wurde aufgrund der Mitarbeiter berechnet, die die Leistung erbracht haben. Sprich, der Stundensatz von Kontotyp 311 auf KLV A ist nicht genau gleich wie der von KLV B, weil es nicht die gleichen Mitarbeiter waren, die A und B erbracht haben. Auf der rechten Seite haben wir eine tabellarische Übersicht über die geleisteten Stunden, einen prozentualen Anteil pro Kontotyp und die entsprechenden Kosten. Horizontal angeschaut ist das Arbeitsblatt unterteilt in KLV A, B, C und Hauswirtschaftsleistungen. Interessant ist jetzt natürlich zu schauen, welche Kontotypen die einzelnen Leistungen erbracht haben. Hier sieht man, dass die Hauswirtschaftsleistungen zu einem ganz grossen Teil von Fages erbracht worden sind. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Fages nicht zielführender in der Pflege eingesetzt würden und HW von unqualifiziertem Personal erbracht werden könnte. Die Reihenfolge ist standardmässig nach der Nummer des Kontotypes. Man könnte hier die Reihenfolge anpassen, wenn man das möchte und die Auswertung z.B. nach anteil geleisteten Stunden sortieren. Das müsste man allerdings in jeder Grafik anpassen, wenn einem diese Sortierung lieber wäre. Eine andere Möglichkeit, die ihr noch habt, ist die Filterung auf Spezialleistungen. Das heisst, ihr könnt wählen, ob ihr den Skill-Grade-Mix für die ganze Organisation sehen wollt oder z.B. nur für Psychiatrie. Mit Filter auf Psychiatrie sieht die Auswertung natürlich ganz anders aus. Was man auch kann, ist die Filterung auf einen oder mehrere Kontotypen. Da verändert sich natürlich der Prozentualanteil. Von daher macht das v.a. Sinn, wenn man z.B. auf einen Blick die unterschiedlichen Stundensätze von den einzelnen Leistungen eines speziellen Kontotypes sehen möchte. Der Skill-Grade-Mix kann ihm unter anderem helfen, weil sich der direkte Personalaufwand im Vergleich zum letzten Jahr stark verändert hat und man keine andere Erklärung dafür findet. Mit marken